Und wir haben auch wie immer gefragt über unsere sozialen Medien, das heißt über Facebook, über Twitter und auch über Instagram, wie Sie die Chancen für den WRC sehen in den nächsten Wochen und Monaten, nämlich wohin die Reise geht. Also geht es in Richtung Europa League, da sagen unsere User 81 Prozent, das ist möglich. Champions League, das würde bedeuten der zweite Platz, das wäre ja dann Champions League Qualifikation 10 Prozent. Abstieg, glauben immerhin auch noch, sieben Prozent der User der Sky-Sozialen Medien und der Meistertipp, das sind dann die wirklichen Optimisten. Die sieben Prozent, die glauben, dass Wolfsburg absteigt, glauben aber jetzt, dass Winter ist statt Sommer. Also ich meine, es sind halt bei solchen Umfragen immer ein paar dabei, die das vielleicht ein bisschen ins Lächerliche zählen wollen. Fakt ist, es wird alles am Spielfeld entschieden und darum wird es jetzt interessant sein, wie die Wolfsberger in Graz dagegenhalten gegen Stürm. Aber trotzdem, wenn man nach fünf Runden 15 Punkte hat und die Konkurrenz nicht so stark ist, dann kann man schon auch dieses Ziel Europa League oder diesen Wunsch Europa League vielleicht auch ausgeben. Vor allem auch deshalb, weil ja in der kommenden Saison, Andi, wir wissen es ja, insgesamt auch der Viertplatzierte, also insgesamt fünf Mannschaften Europacup-tauglich sind. Absolut, sie haben einen super Start gehabt, aber die Saison geht noch so lang und der Druck wird ja dann eh von außen, von den Fans, von den Medien aufgebaut. Also alle Beteiligten in Wolfsburg sind jetzt gut beraten, einmal von Spiel zu Spiel, sich weiter zu konzentrieren, so erfolgreich wie möglich zu sein. Und dann Mitte der Saison wird man eh sehen, wo der Weg hinführt. Aber jetzt schon irgendwie zu spekulieren oder dann Energie verschwenden, was alles passieren sollte. Man muss sich auf Stürm Graz heute konzentrieren, dann können uns da wieder Punkte einfallen. Also wie gesagt.